ich habe hier meinen schrankseiten teil und da möchte ich das lochsystem hier verwenden von crack und zwar dieses hier aber nicht im kompletten bereich sondern nur hier seht den strich in dem oberen bereich in dem unteren bereich wird ein anderes system eingeführt und das setze ich nämlich genauso hier an und werde von hier unten bis hier oben sozusagen das 32 lochsystem machen und dann kann ich mir die böden je nachdem wie ich sie brauche von der höhe her versetzen auch im nachhinein dann noch denn ich werde hier diese teile verwenden dafür das sind auf der einen seite hast du so eine schraube zum eindrehen und auf der anderen seite also so ein dorn der das brett sozusagen befestigt die kommen dann nachher dann hier rein und dann kannst du je nachdem wo du das hast ein boden dann versetzen nach oben oder nach unten und das ist glaube ich ganz praktisch referenz ist hier meine linie wie ihr seht ihr den anschlag an der einen seite dran gemacht und werde das jetzt hier befestigen nehmen wir hier dafür eine klemme und die dann hier unten runter guckt noch mal ob das wirklich passt und wenn wir das jetzt fest damit sitzt das auch ordentlich fest neben den bohrer hat mich schon die richtige tiefe mit dem tiefen stopp hier eingestellt und lege jetzt mal los das klappt super man sieht es hoffentlich ja dass das hier sind jetzt kann ich mir hier diesen dorn nehmen den setze ich mir jetzt hier ein normalerweise wetter hier oben eingesetzt aber das ist kein problem den auch da unten einzusetzen damit habe ich jetzt wieder meine reihe sozusagen fortgesetzt und auch hier jetzt mit der klemme machen und weiter geht's das ganze mache ich jetzt komplett hier und auch natürlich auf der vorderen seite und dann kann ich mir nach die bühne je nachdem wie ich sie brauche dann einsortieren und das klappt tadellos und recht fix hier mit dem mit dem teil und wie ihr seht die lokalen reihe sieht echt gut aus dann geht's